Wird die schöne Sophie von Kessel ihr Glück in den Armen von Graf Gregor finden? Erfahren Sie mehr heute Abend um 18.45 Uhr bei uns. Hey, was toll das! Ich liebe dich, Christina. Besser, Sie halten sich hier aus allem raus. Sonst geschieht ein Unglück. Klaus Löwitsch ist Peter Stroh. Früher Polizist, heute Privatdetektiv, kämpft er für Recht und Ordnung. Heute ist der deutschen Firmen auf der Spur, die beim Bau von Giftgasfabriken im Nahen Osten mitgeholfen haben sollen. Peter Stroh. Untertitelung des ZDF, 2020